hallo werte freunde von krypto tv und hallo werte arschgeigen die auch auf meinem kanal unterwegs sind und meinen wunderbare videos von mir melden zu müssen ich werde jetzt erstmal vorerst nichts mehr auf meinen kanal hochladen ich habe jetzt wieder an strike bekommen aber einen ganz besonderen strike ich habe nämlich anscheinend gegen medizinische falsch informationen verstoßen also sie verbreitet besser gesagt ja die muss mir jetzt was anderes einfallen lassen also wundert euch nicht wenn jetzt nichts hochgeladen wird ich hätte noch einige andere tage gefilmt die ich eigentlich die tage hochladen wollte aber das kann jetzt leider nicht machen denn ansonsten fliegen meine anderen sachen die ich in diesen über zehn jahren auf meinen kanal hochgeladen habe nämlich gesagt ich habe mich ja nicht nur um das problem gekümmert bei journalismus und videotechnisch die sich um dieses thema des letzten jahres gesorgt hat ich habe ja auch viel andere sozial kritische themen in den letzten zehn jahren hochgeladen und gefilmt also wenn es euch interessiert schaut euch schnell um in den filmbeiträgen die ich in diesen vergangenen jahren noch vor 2020 hochgeladen habe wenn es euch interessiert ihr dürft bei mir alles downloaden es ist alles oberrechtsfrei bei mir schon immer gewesen wenn es für wertvolle achtet wo ich über das bankensystem oder anderes sozial kritische sachen wie kriege und die gis gebühren und so weiter und so fort mich gewidmet habe könnt ihr gerne runterladen überall bei euch hochladen also das war so so immer schon so bei mir alles ist urheberrechtsfrei somit vielleicht sehen wir uns eines tages auf youtube wieder wie gesagt ich lasse jetzt mal alles so stehen wie es auf youtube ist und bis die tage monate oder jahre gehabt euch wohl